so hallo wir spielen jetzt der lego movie video game und wir machen jetzt new game slot 2 und das spiel das ist jetzt auf englisch nur auf deutsch kommt das erst am 11 april und weil der film kommt am 10 april und das ist jetzt das spiel zu dem film aber auch selbst noch auf englisch ist ja nicht schlimm aber können ja eine englisch hier ja das ist jetzt der vollen Gute Glück! Ich habe wie viele Roboter. Destroie das! Oh, jetzt! Oh, ich muss raus. Hä? WTF? Ich bin der Brauch. Ich bin der Brauch. Ich springe mit A, ok. Angreifen mit. A mit X, wie geil! Alter, wie geil! Ich kann ja noch nicht steuern. Ok, ich weiß nicht, wie man... Mann, ich gehe die ganze Zeit raus. Shake's beer! Shake's beer, Shake's beer! Echt, das ist Shake's beer. Ja toll, wir müssen jetzt hier erstmal checken. Oh, was kannst du eigentlich? Mitten in Daumen haben wir wieder. Control, hier links. Das ist schlicht. Change Device, man. Ach so. Ah, ok, ok, ok. Ich bin noch nie gemacht, und wir machen runter. Ok, jetzt muss das gehen. Genau. Ok, jetzt geht alles. Und ich bin Ritualis. Ich will aber Cleopatra spielen. Das ist Cleopatra. Hallo! Ihr liebe Freunde! Sollen wir übersetzen? Aua! Der will uns... Oh mein... Ey, das ist echt ein Scheppchen. Der will uns beamen, hallo? Oh! Oh! Oh, stirb Junge! Junge, du versuchst! Wenn wir zurück ins Office haben, werde ich etwas... Was ist das in deinem Geburt? Das sieht nicht aus wie ein ein true Geburtesetz. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Äh! Äh, äh! Ja, als Frau, als die Frau! Hä, warum... Ah! Meine Y-Taste funktioniert! Warte! Ja, jetzt musst du da drauf springen! Ach so! Die haben wir doch gut gebaut! Das liegt so bei mir! Aber absicht, mein Freundchen! Wenn Robots und Lasers nicht mehr zerstören Sie, dann werde ich versuchen! Ja, das ist das! Ja, das ist das! Oh! 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 Nooo! Oh, das ist noch ein Scheißel da! Oh! Oh, das ist das! Oh! Nooo! Oh! Oh! Naiin! Man, da vorne sind's... Das blaue, die Krämen schraues sind zu zweis… Oh! Oh! Ja, das ist das neueste Video-Spiel, du bist jetzt. Wie geht es denn noch weiter? Ich glaube, ich glaube, hier besteht... Das Besondere ist, hier besteht eigentlich alles aus wie du. Das ist richtig genial. Außer die Glaser. Oh, ja, doch. Das wirkt sich natürlich besser, als auf die Grafik aus. Ja. Oh, nein, ich muss das machen. Oh mein, was, du Krill, was kannst du werden? Achtung, jetzt pack auf, guck, was ich kann. Wenn ich nicht lossehe. Doch, ich bin nicht lossehe. Mein Heihe! Meine Augen! Deswegen weiße Augen nicht. Super-Weapon... ...ist mein... Fahre, die Graggle! Meine Wege, die haben wir verloren, ey. Ja, vor allem. Kannst du mich fühlen? Woh! Woh! Nothing's gonna stop me now! Wait, there was a prophecy. Oh, now there's a prophecy. About the piece of resistance. Oh, yes. The supposed missing piece of resistance that can somehow magically disarm the Graggle. Give me a break. One day, a talented Lassaw fellow, a special one with face of yellow, will make the piece of resistance found from its hiding refuge underground. And with a noble army at the helm, this master builder will thwart the Graggle and save the realm and be the greatest, most interesting, most important person of all times. All of this is true, because it rhymes. A special one? What a bunch of hippy-dippy baloney. Was? And now we're going to Bricksburg. Bricksburg, Bricksburg, Bricksburg. And I think that was the first episode, right? Now we're going to a cut and then we'll continue. Bye!